Hey, guck mal, ich glaub der Fernseher... Ja, ich wusste es. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Beim letzten Mal haben wir mit Markus eine wichtige Sache abgeholt, die wir jetzt abliefern müssen. Wir sind jetzt gerade im Bus gestiegen und jetzt geht es weiter. Und ich muss nochmal sagen, ich bin sehr stolz drauf, dass ich hier doch einiges auf dem Plaza geschafft habe. Mir wurde schon so ein bisschen gesagt im Live-Chat gerade, dass ich wohl den Hotdog-Verkäufer noch weiter hätte provozieren können tatsächlich. Da haben wir auf jeden Fall schon mal was, was wir dann beim nächsten Durchlauf, wenn wir denn nochmal einen machen, mal ausprobieren können auf jeden Fall. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Er hat ja sie hier jetzt gekauft in diesem Laden, in diesem Cyberlife-Laden. Und jetzt ist die Frage, bin ich jetzt, oder ist sie jetzt, dieser Roboter, den er jetzt gekauft hat, ist das jetzt ein Tochterersatz? Kann man sich Roboter kaufen, um Familienangehörige zu ersetzen? Weil sie hat ja auch den gleichen Namen wie seine Tochter. Scheint ja fast so, ne? Vielleicht ist die Tochter gestorben und sie ist jetzt der Ersatz so. Benutze folgende Taste, um den Kamerawinkel zu ändern. Ah ja, okay. Ich könnte jetzt das bockige Kind spielen und einfach nicht, nicht Todd folgen. Was ist denn da? Oh. Rebuild North Cork Town, a better place to live. Aha. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend hier. Die scheinen nicht wirklich viel Geld zu haben, aber für einen Ersatz-Androiden, für die Tochter reicht's noch. Und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Chör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Hm. Also, Tochter lebt offensichtlich noch. Also, dann ist es einfach wieder nur so ein Haushaltsroboter. Alles klar. Halte folgende Taste gedrückt, um deine Umgebung zu scannen. Ah ja, der Detektiv-Modus. Dringende Aufgaben. Sammle Müll auf. Optionale Aufgaben. Sammle Geschirr ein. Sammle Staubsauger ein. Überprüfe den Hinterhof. Ich würde sagen, wir überprüfen mal direkt den Hinterhof. Ich möchte wissen, wie es da draußen aussieht. Nee, aufräumen. Aufräumen mache ich schon als menschliches Wesen ungern. Da, als Roboter erst recht nicht. Fernseher. Da setze ich mich direkt drüber hinweg. Habt ihr das gehört? Ja, Fernseher hat eine Sprachsteuerung. Sehr geil. Da gehen wir ja auch gerade. Also, das ist ja quasi schon die Situation, die wir jetzt haben. Das Spiel ist aber auch schon ein bisschen älter jetzt, glaube ich. Das ist, glaube ich, drei Jahre alt oder so. Da kam das mit Alexa und so gerade erst auf. Mit der Sprachsteuerung. So, da ging das gerade erst mal richtig los. Glaube ich. Das sieht ein bisschen aus wie der Abschnitt hier bei Krieg der Welten, wo Tom Cruise mit seiner Tochter gewohnt hat. Unter dieser Autobahn da, die dann explodiert. Habe ich gerade den Film gespoilert. Das tut mir leid. Schauen wir doch mal über den Zaun. Erst mal spannen. Genau. Das ist das Erste, was ein Android macht, wenn er in Betrieb genommen wird. Erst mal die Nachbarn ausspähen. Ob da Gefahr ausgeht. Ja, ich will ja nur meine Familie hier beschützen. Ich will ja nur wissen, ob von den Mitmenschen hier drumherum, ob die alle gefährlich sind irgendwie. Ja, damit ich die, die Risiko, das Risiko einschätzen kann. Das ist alles. Ich will nicht irgendwie ins Badezimmer reingucken oder so. Nee, nee. Ist nicht mein Plan. Ich muss hier auf Nummer sicher gehen. Aber irgendwie so viel kann ich hier draußen gar nicht machen. Kann das sein? Der hat hier Gaskanister rumstehen. Ist auch geil. Einfach mal so im Freien so. Kann man mal machen. Regentonne. Da kann ich alles nicht benutzen. Kann ich die Wäsche einsammeln vielleicht irgendwie? Wäsche kann ich auch nicht machen. Ah, hier doch. Das kann ich gleich direkt nehmen. Vielleicht ist sie der Mutterersatz. Das könnte sein. Dass die Frau vielleicht gestorben ist von ihm. Oder? Ah, nee. Die Frau. Hatten wir die Frau gesehen? Nee, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das Kind haben wir gesehen. Ich gehe mal aufs Kind zu. Knien. Knie nieder. Spiel. Wetter. Schule. Schule. Hinterhof. Mal Hinterhof. Sehr trist hier. Nee, Schule ist schon ein schlechtes Thema, glaube ich. Aha. Okay. Schwierig wird das, glaube ich. Nicht so einfach. Wasche. Die Wäsche. Was? Erneut. Okay. Wie? Hier draußen oder was? Ist das die Waschmaschine? Nee, ist ein Backofen. Okay, warte. Oh, guck mal eine Giraffe. Eine selbstgebaute. Zum Haus. Oh Gott. Nein. Mir wurde schon gesagt, ich soll den Controller nehmen, weil es damit besser geht und weil ich später schnell reagieren muss bei manchen Sachen. Ich gehe mal volles Risiko und benutze mal keinen Controller. Mal sehen, ob ich diese Entscheidung bereuen werde. Wahrscheinlich werde ich sie bereuen. Egal. Dann habt ihr noch mehr zu lachen. Dann könnt ihr mich auslachen, wie inkompetent ich steuere. Macht ihr wahrscheinlich eh schon. Nehmen. Ah, das ging schnell, siehst du? Ja. Waschpulver. Sieht alles verdammt gut aus. Darf ich das mal sagen an der Stelle? Hey, was ist denn das für Zeug? Red Ice. Oh, Drogen. Aceton, Lithium. Also ich weiß nicht, dass das Drogen sind. Ich denke es mir jetzt. Oh. Also wenn ich sie wäre, würde ich Todd jetzt empfehlen, sein Zeug einfach mal nicht zum Waschmittel reinzupacken, sondern einfach mal woanders sind, wo man es nicht findet. Das ist ein sehr, ein sehr dummes Versteck für Drogen. Darf ich das mal sagen? Was ist, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte und in die Wäsche mit reingemacht hätte? Dann wären die Drogen jetzt aber ganz schnell weg. Dann hätten sie sich quasi in Luft aufgelöst. Oder, oder die Klamotten wären sehr rot geworden. Man weiß es nicht. Mal sehen, wo ich noch überall was finde. Oh, der guckt Eishockey. Was? Da war gerade Sammle Müll auf oder so. Wunderbar. Kaffee, Tisch geputzt, Tresen muss ich noch putzen, oder? Oh Gott. Nehmen wir mal hier alles mit, ne? Sammeln. Thank you. Hat sie gerade die Teller weg... Es waren hoffentlich Pappteller. Was noch? Putzt du die Küche? Alter, wie viel Pizzapackung hat der denn hier rumliegen? Der muss seinen ganzen Tag nichts anderes mit seiner Tochter essen als Pizza. Wie wär's mit mehr Bio-Essen und Gemüse und so? Bring den Müll raus! Dann machen wir das mal. Oh, warte mal. Da kann ich mir was angucken. Was? Application rejected. Harman Bank, Overdrawn Account Notice. Oh, der überzieht sein Konto. Und nicht nur einmal, wie es aussieht. Und hier hat er noch eine Rechnung bekommen. Von... Was ist das? Invoice. Kann ich nicht genau erkennen. Pay by Digital Invoice Transaction System. Credit Card Application. Oh, der wollte eine Kreditkarte beantragen. Ist abgelehnt worden. Okay. Alles klar. Also hat offensichtlich ein paar Geldprobleme. Hat aber offensichtlich genug Geld, um sich einen neuen Haushaltsroboter zu kaufen. Da fragt man sich schon, wie geht das denn dann eigentlich? Wo nimmt er denn dann die Kohle her dafür? Dringende Aufgaben. Müll rausgebracht. Kann ich die Straße hier noch ein bisschen erkunden eigentlich? Das ist der Bus. Meine Programmierung verbietet es mir. Ich darf die Straße... Kann ich auf die Straße gehen? Nein, darf ich auch nicht. Boah, wie fies das ist. Da weiß man erstmal, wie scheiße das ist, wenn man als Roboter zur Welt kommt. Man darf nirgendwo hin. Nur dahin, wo die Programmierung es einem erlaubt. Stellt euch vor, ihr würdet irgendwie auf der Straße rumlaufen. Und dann kommt irgendein Schild und sagt, hier darfst du nicht hin. Ja, okay, ich gebe zu. Momentan in der Situation ist das fast so ähnlich. Wenn dann da irgendein Schild hängt, Spielplätze sind gesperrt und so. Ich ärgere mich in letzter Zeit auch jedes Mal, wenn ich versuche, einen Spielplatz zu benutzen. Und ich darf nicht. Weil dann da so ein Schild kommt, das mir sagt, bitte Abstand halten und keine Spielplätze benutzen. Putze unten, okay. Ja, oder wenn in der eigenen Wohnung ein Schild vor der Tür ist, auf dem steht Putze. Ich ignoriere diese Schilder normalerweise immer sehr gekonnt. Ersten Stock abschließen. Okay, machen wir das mal. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf mich zu nerven. Alles klar. Er steht nicht so auf Statusberichte. Hey. Guck mal, ich glaube, der Fernseher... Der ist im Weg, verdammt nochmal! Ja, ich wusste es. Nein, warte mal. Ich habe da was gesehen. Der Fernseher ist... Was? Todschaut Fernsehen. Ich darf ihm nicht... Warte, von der anderen Seite. Das akzeptiert meine Programmierung nicht. Ich heble das System jetzt aus. Pass mal auf. Ich gehe einfach von der anderen Seite ins Bild. Ähm, ich meine, ich... Guck mal, der ist gecurved. Nein! Okay. Ähm. Ich lasse ihn mal alleine, ne? Ja, genau. Drogen konsumieren, während die Tochter da in der Ecke sitzt und spielt. Ey, warte mal, lesen. Genau. Gucken wir doch mal. All Sports. Androiden-Power. Sollte sie verboten werden. Football-Irrsinn. Die neuesten Transferspekulationen. Androiden-Power. Sollte sie verboten werden. Im dritten Spiel der Saison durchbrach der Androiden-Werfer X67 mit einem Pitch die 190 kmh-Marke. Der menschliche Batter konnte erst schwingen, nachdem der Ball den Fanghandschuh bereits berührt hatte. Ein Androiden... Ein Android-Pro-Team wurde als Innovation präsentiert. Doch mittlerweile dominieren sie die Team-Strategie. Bei jedem Draft übertreffen sie großen... Äh, was? Die großen Profi-Baseball-Teams ihre eigenen Transferrekorde, um die neuesten Androiden-Modelle zu erwerben. Doch leidet das Spiel darunter? Jenny Waterfield, Chefredakteurin des Fan-Magazins Home Run, sagt, die Fans seien desillusioniert. Die Magie des Sports sieht die Grenzen des menschlichen Potenzials. Dass eine Maschine diese Grenzen bricht, ist nicht aufregend oder überraschend. Dem stimmt nicht jeder zu. Christopher Lennox, Baseball-Coryphäe und Ex-Pitcher findet. Dass Androiden das Spiel aufregender machen. Die Androiden wirbeln alles durcheinander und pushen die Spieler, ihr Bestes zu geben. Das Spiel kann nur überleben, wenn es sich weiterentwickelt. So ein bisschen wie mit der Torlinien-Kamera im Fußball. War ja auch lange Zeit sehr krass diskutiert. Die Transport-Innovation, die Kalifornien bewegt, die Punkte verbinden. Politiker im Fokus, sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Erdbeben in China tötet 10.000 Menschen. Lesen wir doch mal die News. Die Punkte verbinden, Transport-Innovation. Die neue Subtube beendete heute ihre erste Reise von Manhattan nach Downtown LA in unter 2 Stunden. Weniger als die Hälfte des 5-stündigen Fluges. Die Höchstgeschwindigkeit von 2.900 kmh wurde möglich, weil die Bahn durch eine Unterdruckkammer fährt, die den Magnetmotoren eine fast reibungsfreie Umgebung bietet. Für Pendler eröffnet sich so die verlockende Aussicht, nach einem langen Arbeitstag im Big Apple die Füße an den Golden Coast ins Wasser zu hängen. Kaliforniens Immobilienmärkte reagieren, Preise in den Vororten um 64% gestiegen. Immobilienmaklerin Charlene Lowey aus Los Angeles weiß, woher die neuen Käufer kommen. Das sind Typen von der Ostküste, vor allem New Yorker. Sie sehen eine Chance, den New Yorker Lohn zu behalten und einen LA-Lifestyle zu führen und wollen möglichst schnell profitieren. Immobilien sind nicht das Einzige, das verändert wird. Schulplätze werden knapp und die Einzelhändler in den Vororten ziehen in Erwartung der Dollars aus New York die Preise an. Es wird erwartet, dass Langzeit-Kalifornier aus den Städten verdrängt werden. Kann der mal bitte aufhören zu stöhnen? Ich lese hier vor. Weshalb sie gegen die neue Linie protestieren. Wie ein wütender Demonstrant es ausdrückte, zuerst nimmt uns Detroit unsere Jobs, dann New York unsere Häuser. Wann hört das auf? Alles klar, haben wir durchgelesen. Das muss man ja auch immer mal machen. Lesen bildet, habe ich gehört. Was macht sie? Sie sieht echt schon so ein bisschen psychisch kaputt aus. Sie hat schon ein bisschen sehr gelitten, glaube ich. Und ich wette, ich bin nicht der erste Android, den sie zu Gesicht bekommt. Und ich wette, der Vater ist so ein brutaler Sack, der dann die Androiden kaputt macht, sodass er immer wieder neue braucht. Deswegen freundet sich das Mädel erst gar nicht mit ihr hier an, weil sie das schon kennt, den Ablauf. Bestimmt ist es so. Oh nein. Bach das Bett, beseitige die Unordnung, lüfte das Zimmer. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Das ist wie Eulen nach Athen tragen, ist mindestens genauso sinnvoll. Dann machen wir mal sauber, ne? Ah, lesen, sehr gut. Schon wieder Allsports. Androiden Quarterback, Cyberlife präsentiert. Androiden Quarterback, Slam Dunk Basketball Star Gary Gibbons im Interview. Jawohl, machen wir das doch mal. American Football hat sich dem Einsatz von Androiden Spielern bisher erfolgreich widersetzt. Wichtige Spiele sind noch eine rein menschliche Angelegenheit. Doch angesichts der Präsentation von Cyberlifes Demo-Android QB1000, einem Quarterback, der von Endzone zu Endzone werfen und ein 15 cm großes Ziel treffen kann, könnte sich das bald ändern. Das Modell ist außerdem mit über 1500 Spielzügen programmiert. Von Klassikern wie Bootlegs und Handoffs bis hin zu spezielleren Manövern, die alle in Echtzeit angepasst werden können. Bei einem Cyberlife-Event in Detroit wurde der QB1000 vorgestellt. Der Hersteller zeigte eine Reihe von Prototypen, die das Potenzial modernster Technologie demonstrieren sollen. Cyberlifes neueste Technologie bringt die Fans zum Schwärmen. Doch Roy Kenstone, Gründer der Anti-Androiden-Fangruppe, sieht auch einen düsteren Aspekt. Cyberlife weiß genau, was sie mit dieser Demonstration anrichten. Sie hoffen, unseren Sport so zu verzerren, wie sie es mit anderen gemacht haben. Trotz dieser Bedenken betrachten andere es nur als Frage der Zeit, bis Basket und Baseball... Nee, Quatsch. Im Basket und Baseball werden bereits Androiden-Spieler in Erwägung gezogen. Ein Quarterback mit LED könnte schon bald Realität sein. LED? Der leuchtet dann, oder was? Ein leuchtender Quarterback. Der fängt dann an zu leuchten, wenn er so ein Tor macht hier. Wie heißt das? Homerun? Nee, das ist beim Baseball. Ach, keine Ahnung. Das heißt dasselbe. Der Preis des Lebens. Wie autonome Fahrzeuge über Leben und Tod entscheiden. Weltraumtourismus. Ist der Mars ihr nächstes Reiseziel? Auf jeden. Lies mal. Sieht ein fahrerloses Fahrzeug einen Unfall vorher, trifft der Computer des Autos Entscheidungen über Leben und Tod. Zum Beispiel, welcher von zwei Fußgängern überfahren werden soll. Hervorragend. Doch über den exakten Prozess, mit dem Autos diese Entscheidungen treffen, ist nur wenig bekannt. Martin Forlong von Crony Cars versucht klarzustellen. In solchen Situationen sammelt das bildgebende System des Autos Daten, um in Sekundenbruchteilen Alter, Geschlecht, Lebenserwartung, USB des Vorgängers zu bestimmen. Diese Daten werden mit öffentlichen Statistiken abgeglichen, um Familienstand, Lebenserwartung und mögliche Kinder zu ermitteln. Dann weist das Auto jeden möglichen Opfer aufgrund von Kriterien wie ihrem Beitrag zur Gesellschaft einen Wert zu. Leben, die andere Leben retten, wie Ärzte und Krankenschwestern, werden bevorzugt. Oh shit. Das ist übrigens tatsächlich wirklich so. Bei dieser selbstfahrenden KI wird momentan dieses Problem geklärt, bei echten Autos halt. Wie man entscheidet, welcher Fußgänger einer ausweglosen Situation sterben darf und wer nicht und wer leben darf. Oder ob man den Fahrer schädigt des Fahrzeugs lieber, indem das Fahrzeug irgendwo anders ausweicht, aber dann den Fahrer tötet. Das sind so die Fragen, die momentan tatsächlich die Entwickler beschäftigen. All dies mag sehr vernünftig klingen, aber laut Felix Gamble, Leiter der Anti-Automation-League, hat das System kein Recht, solche Urteile zu fällen. Jemand mit einer Vorstrafe ist für die Gesellschaft nicht zwangsläufig weniger wert als ein Arzt. Derartige Informationen sind irrelevant für den Schutz menschlichen Lebens. Aber Forlong streitet dies ab. Wir möchten, dass unsere Autos die bestmögliche Auswahl treffen und dafür benötigen sie alle verfügbaren Informationen. Je mehr, desto besser. Das Ding ist aber, die dürfen die Entscheidung eigentlich gar nicht treffen. Die Autos müssten sich in dem Fall eigentlich neutral verhalten. Und das ist eigentlich das, was der richtigere Weg wäre. Auch wenn das dann natürlich zu fiesen Konsequenzen führt. Aber das ist ja, wenn ein normaler Mensch fährt, auch so. Ist jetzt die Frage, will man das eliminieren und die Entscheidung gezielt zu einem besseren, vermeintlich besseren Ergebnis manipulieren? Oder sollte sich das Auto neutral verhalten, wie es ja eigentlich richtig wäre? So. Also gar nicht entscheiden. Tja. Das ist so die Frage. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und das ist in der Realität tatsächlich momentan auch ein großes Problem. Neues vom Sport. Cyberlife Arena in Detroit vor, während die Verhandlungen über die mögliche Zulassung eines Androidenspielers pro Team weitergehen. Es wird debattiert, ob dies zu deutlich spannenderen Spielen führen wird oder ob menschliche Spieler dadurch schließlich überflüssig werden. Cyberlife hat sich bereit erklärt, das Experiment zu unterstützen und jedem Team ein Spezialmodell zur Verfügung zu stellen. Zwar dienen Androiden bereits seit 2035 als Mannschaftstrainer und als taktische Berater, doch Androiden als Spieler sind in den Teams nicht gestattet. Bisher. Hm. Oh, ein Animationsfilm. Hm. Das ist wie ein Werk von Disney. Hm. Es sieht aber witzigerweise aus wie so eine Mischung aus Disney und so Japano-mäßiger Animationen irgendwie. Wie so ein merkwürdiger... Wie so ein Hybrid. So ein bisschen. Das kommt raus, wenn Disney versucht, den asiatischen Markt zu erobern. So ein bisschen. Definitiv. Genau das ist das. Okay, da läuft es scheinbar im Loop ab. Okay. Und dann kommen die Avengers noch rein und, äh, ne? Mit Lichtschwertern. Aufräumen. Ich muss sagen, bisher ist das eine sehr detailliert und gut gemachte Zukunftsperspektive, die sehr plausibel wirkt, so in vielen Dingen. Und die sehr viele Überschneidungspunkte mit unserer aktuellen Situation hat. Finde ich eigentlich bisher sehr gut gemacht, muss ich mal so sagen. Man erkennt sehr viele Parallelen und, äh, Punkte, wo sich etwas genau in diese Richtung entwickeln könnte in unserer heutigen Situation. Was? Jetzt habe ich nicht... Nein, das war auf der falschen Seite jetzt. Mist. Was muss ich jetzt noch machen? Oh, warte. Hier ist noch. Hier muss ich noch aufräumen. Oh, Rechnungen. Noch mehr Rechnungen. Hm, hm. Alles mal gar nicht so gut und schon wieder ein Kreditkartenantrag. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe aus dem Augenwinkel. Unordnung beseitigt. Lüfte das Zimmer. Ah, ja, genau. Lüfte das Zimmer. Fehlte noch. Achso, Shift. Ach, beide Tasten drücken. Mein Gott. Wenn das nicht immer eingeblendet werden würde, ne? Ich würde... Ich wäre so überfordert. Halt, warte mal. Da lag noch irgendwas. Aufräumen. Es ist interessant, dass sie genau weiß, wo die Sachen hinkommen. Obwohl sie das doch noch nicht vorher gemacht hat, oder doch. Androidenquo... Ach, nee, das hatten wir schon. Nee, das hatten wir schon. Ich dachte, das wäre was Neues. Was ist eigentlich das Buch da? Ist das ein Buch? Nee. Gibt es hier im Schrank noch was? Nee. Das ist hier der Hulk. Das ist der Hulk. Aber ein ganz merk... Das ist der... Das ist, glaube ich, ein ganz merkwürdiger Hulk. Ist das... Das brauchen wir nicht anschalten. Nee, da haben wir doch alles jetzt. Genau. Haben wir alles erledigt. Sehr gut. Dann gehe ich mal raus. Ich habe das Mädel hier gerade gesehen. Sie ist hier nach links gelaufen. Öh. Na, klasse. Optionale Aufgaben. Putze... Oh, nein. Ja, okay. Ich mache ja schon. Ich bin ein guter Androide. Ich putze das Klo ja schon. Ey, das sieht aber gar nicht so unsauber aus. Ich hätte jetzt... Also mal im Vergleich zum restlichen Haus sieht das Bad eigentlich echt noch vorzeigemäßig aus, wenn ich das mal sagen darf. Okay. Okay, das Bad nun wieder nicht so. Hä? Putze das Bad... Okay. Sortiere Flaschen. Aufräumen. Erstmal aufräumen. Genau. Wische den Boden. Sortiere Flaschen. Ja, mach es. Tu es. Das ist eine gute Übung für die Steuerung hier, diese Saubermach-Aktion. So, jetzt muss ich noch wischen. Wischen Impossible. Hier. Äh, gehört da nicht noch was vorne dran? Das ist ein Merkwürdiger Wischmob. Das ist ein sehr kurzer, kleiner Wischmob. Merchwürdig. Also es ist halt ein Zukunftswischmob. Ja, der funktioniert so. Bodengewischt. Ich würde ja gerne dem alten Typen mal eins auswischen. Aber leider darf ich das nicht. Da muss ich vorher noch durchdrehen. Das kriege ich aber auch noch hin. Äh, das ist auch geil hier so neben so einer Baustelle. Putze oben. Hier habe ich ja schon. Da bin ich schon fertig. Muss ich jetzt noch hier rein. Aufmachen. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur zwei Minuten. Ist das okay, Alice? Schauen. Was haben wir denn da Schönes? Alice ist im Wunderland. Hm. Sehr schön. Warte. Ich konnte da gerade gucken. Jetzt kann ich es nicht mehr. Hm. Ah. Machen wir mal das Bett. Eine Wuthöhle. Was? Ich glaube, das ist mehr so ein kleiner, so ein kleiner, so ein kleines Schloss, das er sich gebaut hat. Oh, guck mal, da ist ein Bär da hinten drin. Mehrere. Mehrere. Ich darf da aber nicht rein, ich bin zu groß. Ich bin schon so groß dafür. Speinerei. Das machen wir nicht. Nein, nicht aufmachen. Das nimmt die einem doch übel. Hier ist doch bestimmt noch irgendwie irgendwo irgendwas zum Aufräumen noch. Ah, lüften, genau. Ha, wie schnell ich das geschafft habe. Ich bin stolz auf mich. Wie ein echter Androider habe ich das geschafft. Oh. Was? Da wurde gerade die Höhe freigeschaltet irgendwie. Das wird bestimmt noch wichtig. Was? Ach man, das ist immer außerhalb des Ausschnitts. Was? Warte mal, hier kann ich schauen. Du liest wohl gerne. Das ist ganz toll. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir doch mal wieder raus, oder? Ich glaube, jetzt habe ich ja hier oben alles erledigt. Rede mit, ach so. Ich muss mit ihr noch reden. Ich bin doch zum Putzen hier. Okay, unterhalten wir uns mal mit ihr Kniehennen. Sachlich, freundlich. Ja, freundlich. Ach so. Jetzt checke ich das erstmal. Sie ist schon längst in der Familie gewesen und ist quasi durchgedreht wahrscheinlich. Oder irgendwas ist passiert und sie wurde resettet. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Deswegen reagiert sie so komisch. Jetzt checke ich das erstmal richtig. Mutter? Ne, nach der Mutterfragen ist keine gute Idee, glaube ich. Wenn die nicht da ist. Wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Ähm. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Ich frage lieber nicht nach der Mutter. Das ist bestimmt das Trauma schlechthin. Aha. Was ist das? Was habe ich da bekommen? Den Schlüssel zur Box? Jawoll. Ich wusste es, dass es keine gute Idee ist, die Mutter anzusprechen. Mission erfolgreich. Dann machen wir das doch mal auf, ne? Okay, warte. So, mach mal auf. Schließ mal schön auf. Genau. Oh, ja. Das ist die Mutter offensichtlich. Ein Kleeblatt. Wer weiß, was da passiert ist. Oh. Kopfverletzung. Das ist der Vater. Mit Trainingsanzug. Oh, der hat die Mutter geschlagen. Ne, Moment. Das ist nicht die Mutter. Das ist der Android. Der hat den Android geschlagen. Er hat ihn kaputt gemacht. Also mich. Das bin ich quasi. Sie. Sie hier. Er hat sie kaputt gemacht. Er lässt seinen Frust an ihr aus. Und deswegen musste sie wahrscheinlich erneuert werden wieder. Das ist aber auch dämlich. Das ist so, als wenn ich meinen Computer, wenn ich sauer bin, trete und zusammenschlage. Und dann habe ich nichts anderes gekonnt, als dass ich Geld ausgeben muss, um meinen Computer wieder zu reparieren. Das ist maximal dumm eigentlich. Aber gut. So ist das. Das werde ich nie verstehen. Das ist genauso wie die Leute, die ihre Tastatur gegen den Bildschirm schlagen. Was zur Hölle hat man davon? Was machst du da? Ich, ich spiele. Du spielst? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Hm? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles mögliche versucht? Was ich auch mache. Jemand kommt mir nicht quer und versaut mir alles. Oh nein. Ich glaube, ich kriege gleich den nächsten Reset. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Nein. Sag es. Du hasst mich. Nein. Gott. Was mache ich denn? Nehmt ihm doch als erstes mal die Drogen weg. Du weißt, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Der macht jetzt einfach mal einen harten Hinzu. Ich glaube, ich habe dich ganz toll. Ich finde, ich finde diese Androiden, die sollten so eine Schutzmechanismen drin haben, dass wenn die illegale Aktivitäten in den vier Wänden finden, dass die dann direkt sagen, okay, jetzt habe ich hier Drogen gefunden, das wird direkt der Polizei gemeldet. Oder, oder Missbrauchsverhalten gegenüber Kindern und so. Dass die dann direkt das den Behörden melden, finde ich. Das sollte so sein. So direkt so Stasi-Roboter. Wir sind aber ganz gut gewesen hier eigentlich. Tots Zimmer putzen. Guck mal, da fehlt was. Und hier haben wir was nicht gefunden. Hinterhof. Im Hinterhof war offensichtlich irgendwas. Da haben wir was nicht bekommen. Hier bei Kleider erneut waschen. Da ist irgendwie was nicht gewesen, was wir nicht gefunden haben. Ja, Tots Zimmer. Und dann hier. Kara entdeckt einen Weg nach unten. Also da haben wir schon ein bisschen was jetzt nicht gefunden. Aber ich bin jetzt eigentlich so für den ersten Durchgang, bin ich jetzt eigentlich erst mal ganz zufrieden mit der Performance. Kann sich so eigentlich sehen lassen. Spielbär ist für den absoluten Überwachungsstaat. Und ja, ganz ehrlich ey, in so einem Haushalt, wo alles schief geht und wo der Vater noch Missbrauch gegenüber dem Kind so praktiziert und dann noch Drogen konsumiert. Da ist es eigentlich die Pflicht, egal ob das jetzt ein Künstlicher ist oder ein richtiger Mensch, das zu melden. Den Behörden, den Autoritätspersonen, ja. Das ist die erste Bürgerpflicht eigentlich. Nicht nur von Androiden, sondern von normalen Menschen eigentlich auch. Und an der Stelle ist diese Folge Detroit Become Human auch wieder zu Ende. Wenn euch das Spiel hier gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, das selber zu spielen, ihr könnt euch das für den PC holen im Epic Store. Und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber damit unterstützt ihr meinen Kanal mit einer prozentualen Beteiligung am Kaufpreis, die Epic zahlt. Und das ist eine sehr gute Unterstützung. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren gerne schreiben, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr gerne mehr, vielleicht auch mehr als einen Durchlauf sehen möchtet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Detroit Become Human. Bis dann, ciao, ciao.